Vor allem sein Stand, sein Liegestand. Wow. Eine zum Genießen. Applaus, wirklich Applaus, Respekt, alle Achtung. Er hat's drauf. Und das ist überhaupt nicht gut. Oh ne, bitte. Bloß jetzt doch keine Knieprobleme. Schauen Sie, da macht er schon so die ersten Checks mit dem linken Knie. Das gefällt mir überhaupt nicht. Boah, hier noch einmal in der Wiederholung. Wahnsinn. Überhaupt diesen Mut zu haben, sich da hinzusetzen. Oder wie auch immer dieser Stand kategorisiert werden mag. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.